Das hier zur Miete angebotene gepflegte ca. 69 Quadratmeter Büro befindet sich in Heidelberg-Ziegelhausen. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 1923 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gas-Etagenheizung. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 520 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 35 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.